Angel ist sehr wütend. Er überzieht das Land mit einem Schatten des Todes. X-Men Apocalypse. Ab Donnerstag, 19. Mai, nur im Kino. In apokalyptischem 3D. Was auch immer du denkst, in mir gesehen zu haben, ich habe es mit meiner Familie begraben. Magneto schließt sich Apocalypse an, um die Menschheit auszulöschen. Sie haben mir alles genommen und jetzt werden wir es sein, die ihnen alles nehmen. X-Men Apocalypse. Ab Donnerstag, 19. Mai, nur im Kino. In apokalyptischem 3D. Ihr seid keine Schüler mehr. Ihr seid X-Men. Deshalb bin ich hier, um zu kämpfen. Ziehen wir in den Krieg. X-Men Apocalypse. Ab Donnerstag, 19. Mai, nur im Kino. In apokalyptischem 3D. X-Men Apocalypse. Ab Donnerstag, 19. Mai, nur im Kino. In apokalyptischem 3D. X-Men Apocalypse. Ab Donnerstag, 19. Mai, nur im Kino. In apokalyptischem 3D. Weckt es sich nicht manchmal mitten in der Nacht auf? Das Gefühl, dass sie dich eines Tages abholen. Und deine Kinder. Ich empfinde großes Mitgefühl für die arme Seele, die zu unserer Schule kommt und Ärger sucht. Manche glauben, dass der erste Mutant bereits vor Tausenden von Jahren geboren wurde. Er war eine Art Gott. Und er wird wieder auferstehen. Ihr seid alle meine Kinder. Und ihr seid verloren, weil ihr blinden Anführern folgt. Keine falschen Götter mehr. Jetzt bin ich hier. Er hatte stets vier Anhänger. So wie die vier Reiter der Apokalypse. Gemeinsam bereiten wir die Erde vor für die Stärksten. Wir werden den Menschen alles nehmen. Er will diese Welt zerstören. Milliarden Menschen sollen sterben. Die Welt braucht die X-Men. Du willst dich ihnen anschließen, nicht wahr? Du wolltest doch, dass ich mal vor die Tür gehe. Wir alle gegen einen Gott. Ziehen wir in den Krieg. Vergesst alles, was ihr zu wissen glaubt. Alles, was sie erbaut haben, wird zusammenbrechen. Das war's. Ich bin dabei. Vielen Dank.